Ich rufe Tagesordnungspunkt 89 auf. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften mit der Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses zu dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend scheitern des zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags. Berichterstatter beim Gesetz ist Herr Kollege Bauer, der auch die Beschlussempfehlung hätte. Drucksache 19 5770, 1955 09, 1952, 48 und 1957 zu 1957 zu 1969. Berichterstatter, Herr Kollege Bauer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19 5750 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Ich habe auch noch die Beschlussempfehlung... Vizepräsidentin Heike Habermann Langsam, langsam, langsam. Darauf verzichten wir, und wir eröffnen die Aussprache. Sie haben das Wort. Alles klar. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mache es kurz. Wir haben einen Änderungsantrag vorgelegt, der auf die aktuelle politische Entwicklung Rücksicht nimmt. Wir müssen feststellen, dass der Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht ratifiziert wird. Daraufhin mussten wir den eingebrachten Gesetzentwurf an vielen Stellen verändern. Wir können nur das regeln, was in unserer Zuständigkeit liegt. Wir halten die Regelung aber nach wie vor für sinnvoll, dass wir Testspiele einführen wollen, die Neuordnung der Zuständigkeiten vornehmen wollen und beispielsweise auch die Erteilung von Konzessionen für Sportwetten, die nach wie vor in Hessen verbleibt, auch dem Regierungspräsidium als Zuständigkeit überweisen wollen. Das sind wichtige Änderungen, die wir durchführen. Ich habe schon bei der zweiten Lesung deutlich gemacht, dass wir mit dem Zustand, wie er momentan herrscht, sehr unzufrieden sind, weil natürlich der Glücksspielstaatsvertrag gescheitert ist und wir trotzdem eine umfangreiche Neuausrichtung brauchen. Denn wir müssen sicherstellen, dass der Glücksspielmarkt umfangreich reguliert wird, dass wir den vernünftigen Spielerschutz gewährleisten, dass wir illegales Spielen verbieten, den Schwarzmarkt ausdünnen und bekämpfen. Die Realität sieht leider sehr anders aus. 98 % der Spieleinsätze im Online-Glücksspielmarkt sind derzeit illegal. Das ist ein Zustand, den wir so nicht aufrechterhalten können. Wir können ihn hessenspezifisch hier nicht ändern. Ich denke, dass wir das Gesetz auf jeden Fall so verabschieden sollten. Denn es beinhaltet auch das, was der Kollege Rudolph in der letzten Debatte angesprochen hat. Es beinhaltet auch ein Stück weit das Verbot von Zweitlotterien, was deutlich geworden ist. Das sind nämlich nach unserem Glücksspielrecht nicht erlaubt, und das ist auch gut so. – Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Kollege Rudolph, die SPD-Fraktion, Sie haben das Wort für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hoffe, heute Mittag hat Ihnen das Essen geschmeckt. Herr Kollege Reif, meine Damen und Herren! Wir haben die Argumente in der Tat in zwei Lesungen ausgetauscht. Die heutige Verabschiedung, die Sie mit Ihrer Mehrheit durchsetzen werden, ist das Ende eines Dramas. Man kann fast sagen, dass die Länder eben nicht in der Lage waren, die glücksspielrechtlichen Bestimmungen so zu ändern, dass es von Nutzen ist. Das ist natürlich auch ein Scheitern der Hessischen Landesregierung. Was Sie alles angekündigt haben und nicht hingekriegt haben, ist schon erstaunlich. Deswegen mussten Sie einen Gesetzentwurf im Grunde ziemlich reduzieren, wo klar war bei der Einbringung, der wird nie das Licht der Welt erblicken. Genauso ist es gekommen, das haben Sie damals ignoriert. Insofern bleiben viele Fragen offen. Herr Kollege Bauer, Zweitlotterien sind verboten, sagen Sie. Ja, aber deswegen finden sie trotzdem statt. Der Minister hat dazu etwas gesagt. Im Plenum bei der Aussprache ist er im Ausschuss ein bisschen zurückgerudert. Wir werden das dann auch abfragen. Wie geht man vor? 50 Verfahren seien anhängig. Wie lange ist der Verfahrenstand? Was gibt es für Konsequenzen? Welche Sanktionen? Wir wollen schon, dass das staatliche Totolotto gestärkt wird. Denn die Einnahmen, die die Destinitärer bekommen, sind dringend notwendig. Über diesen Aspekt werden wir auch noch im nächsten Jahr sicherlich zu reden haben. Deswegen, was verboten ist, muss kontrolliert werden. Wenn es Verstöße gibt, muss das geahndet werden. Insoweit werden wir das Verhalten der Behörden überprüfen und das abfragen und auch kontrollieren, was der Minister gesagt hat. Im Übrigen werden wir diesem Gesetzestext natürlich nicht zustimmen können, weil es ein unbefriedigendes Gesetzeswerk ist, das viele Dinge eben nicht regelt. Es ist die Aufgabe von 16 Bundesländern, endlich etwas vernünftig hinzukriegen. Es ist eher ein Trauerspiel des Föderalismus, in dem Hessen ein Partner dieser 16 ist. Es ist nicht Schleswig-Holstein allein, die vielleicht ein bisschen mehr. Aber die anderen 15 Bundesländer glänzen an der Stelle auch nicht mit besonderen Leistungen, illegale Sportwetten zu untersagen oder auch den Markt zu kanalisieren. Von daher ist es kein guter Tag für Hessen, sondern Sie machen eine Minimallösung. Aber die Grundproblematik bleibt ungelöst. Deswegen stimmen wir gegen diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Ich erteile das Wort Herrn Abg. Frömmrich für die Bündnis 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben das schon hoch und runter hier diskutiert. Was wir uns als Koalitionsfraktionen wünschen, ist endlich einen kohärenten und vernünftigen, regulierten Markt im Glücksspielbereich. Das ist das, was wir wünschen. Wir hoffen, dass durch das Scheitern des Glücksspielstaatsvertrags jetzt, durch Schleswig-Holstein und auch durch Nordrhein-Westfalen, ein neues Verfahren aufgesetzt wird und wir endlich zu einem Staatsvertrag kommen, der dann auch von den 16 Bundesländern ratifiziert werden kann. Ich glaube wirklich, dass das eine Frage ist, die uns alle umtreiben muss. Dadurch, dass wir das nicht reguliert haben, dass hier Schwarzmarkt und illegaler Markt stattfindet, zweistellige Milliardenbeträge werden da im Internet verspielt und der deutsche Steuerzahler und auch die karitativen Organisationen, die wir mit Tote- und Lottomittel unterstützen, kriegen davon keinen Cent. Ich glaube, das muss unsere Aufgabe sein. In der Tat habe ich das in der zweiten Lesung gesagt. Herr Kollege Rudolph hat es gerade auch noch einmal betont. Es wäre wirklich ein Armutszeugnis für den Föderalismus, wenn man es in einer solch wichtigen Angelegenheit nicht schafft, 16 Bundesländer auf einen Staatsvertrag zu einigen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur die Urteile des Europäischen Gerichtshofs in dieser Sache durchlesen. Dann weiß man, wie das zu geschehen hat. Den einzigen, den ich in diesem Verfahren nicht bedauere, ist der hessische Ministerpräsident, denn er muss jetzt mit den 15 anderen wieder anfangen und einen neuen Staatsvertrag verhandeln. Alle sollten wir auch in unseren eigenen Parteien, auch in unseren eigenen Fraktionen in den anderen Bundesländern dahin wirken, dass dieses Thema endlich ernst genommen wird. Der Kollege Rudolph hat es gerade auf das Land Hessen bezogen. Ich will daran erinnern, dass die Stimmführerin der SPD-Länder in diesem Staatsvertragswirrwarr Frau Kollegin Kraft aus Nordrhein-Westfalen war. Gerade auch die nordrhein-westfälische Toto-Netto-Gesellschaft war eine von denen, die in einer Art und Weise diesen Staatsvertrag in diese Richtung gedrängt haben. Von daher finde ich, man sollte vielleicht auch einmal schauen, welchen Anteil haben eigentlich die eigenen daran gehabt. Gleichwohl ist das Scheitern dieses Staatsvertrags keine Ruhmesleistung für den Föderalismus. Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon einiges zu dem Thema Glücksspieländerungsstaatsvertrag gesagt worden. Ich darf nur darauf hinweisen, dass es gar nicht mehr Gegenstand der Debatte ist. Nach dem, was Sie hier an Änderungsantrag beschlossen haben, ist nur noch übrig geblieben ein Torso des ursprünglichen Gesetzentwurfs, noch dazu ein aus sich heraus völlig unverständlicher Torso. Denn Problembeschreibung, Lösungsansatz, Begründung, das alles hat etwas mit dem zu tun, was der Kollege Frömmrich hier vorgetragen hat. Nur der Inhalt des Gesetzes ist davon nichts mehr übrig. Verabschieden Sie sich von dem Thema Ratifikation dieses Staatsvertrags. Weil dieser Gesetzentwurf aus sich heraus schon nicht mehr verständlich ist, kann man eigentlich nur sagen, so etwas kann man nicht beschließen. Das ist Stückwerk. Das ist nicht das, was man von einem seriösen Parlament erwarten kann. Deswegen bleibt unsere Aufforderung, ziehen Sie diesen Gesetzentwurf zurück. Wenn Sie ihn durchpeitschen wollen, werden wir ihn ablehnen. Ich will aber die Gelegenheit trotzdem nutzen, noch kurz etwas zu sagen zu der Frage, wie es denn jetzt weitergeht. Herr Kollege Frömmrich hat völlig zutreffend beschrieben, dass wir ein Problem haben. Wir haben ein Problem, dass in der Tat der Glücksspielmarkt nicht so reguliert ist, wie wir uns das, glaube ich, mindestens in der Koalition bei uns wünschen, wie wir uns das vorstellen, wo wir seit Jahren darüber diskutieren. Ich habe den Eindruck, es ist wieder einmal so, wie es in der Vergangenheit war. Im Land Hessen wird viel diskutiert. Man übt sich darin, den Mund zu spitzen. Der Ministerpräsident tut das immer wieder, auch mit Unterstützung der Koalition. Man droht damit, man arbeitet große Dinge aus. Man droht mit einem Hessischen Glücksspielgesetz, in dem genau die Fragen, die der Staatsvertrag nicht vernünftig und kohärent geregelt werden, aber sie kommen nicht zum Pfeifen. Sie kriegen die Luft nicht zusammen, um einen Ton zu erzeugen, der irgendetwas bewirken kann. Der entscheidende Punkt ist, dass es Länder gibt, in denen etwas bewegt wird. Ich darf einmal daran erinnern, dass die letzte Änderung des Staatsvertrags nur deshalb möglich wurde, weil ein Land mutig vorangegangen ist, nämlich Schleswig-Holstein, und gesagt hat, dann steigen wir aus. Dann machen wir unser eigenes Gesetz. Das wurde dann später von Rot-Grün wieder einmal zurückgedreht. Mittlerweile gibt es in Schleswig-Holstein wieder eine Landesregierung, eine Koalition, die bereit ist, den Weg zu gehen. Damit auch klargemacht hat, diese Änderung des Staatsvertrags wird nicht ratifiziert. Ich kann Ihnen nur sagen, schließen Sie sich zusammen, gehen Sie in die Koalition der Willigen mit Schleswig-Holstein, mit Nordrhein-Westfalen und gehen Sie den Weg eines Hessischen Glücksspielgesetzes, wie Sie es angekündigt haben, statt sich wieder in endlosen Verhandlungen mit solchen Ländern zu begeben, die wie Bayern geführt von Herrn Seehofer und anderen Ländern nicht bereit sind, den Notwendigkeiten ins Gesicht zu schauen und sich der Regelungsnotwendigkeit zu stellen. Machen Sie etwas, reden Sie nicht nur, sondern tun Sie etwas. Das Wort hat der Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in zwei Lesungen ausführlich über das Drama und den Torso des Gesetzentwurfs, der jetzt noch übrig geblieben ist, diskutiert. Wir haben am Dienstag einen, wie soll ich sagen, gesichtswahrenden, umfangreichen Dringlichkeitsantrag der Koalitionsfraktionen vorgefunden, der nichts löst, aber viel vorgaukelt, was man lösen kann. Ich finde, die gesamte Situation, die wir hier vorfinden, ist ein Drama des Föderalismus. Ich bin sehr für Föderalismus, aber an dieser Stelle nicht weiterzukommen, weil seit Jahren ein Land blockiert, nämlich Schleswig-Holstein, und damit eine gemeinsame Linie der 16 Länder nicht zustande kommt, ist schon viel. Mit dem Antrag, der jetzt vorgelegt wurde, wäre in dritter Lesung zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt fünf Minuten gebraucht haben. Der liegt erst seit zwei Tagen vor. Die Fliegschusterei geht weiter. Ich weiß nicht, wo Sie Ihren Optimismus hernehmen, dass es auf dieser Grundlage zu einem gemeinsamen Staatsvertrag aller 16 Bundesländer kommen wird. Ich weiß nicht, wo dieser Optimismus herkommt. Es ist nicht inhaltlich diskutiert, was notwendig gewesen wäre. Es geht eher in Richtung Minimalkonsens. Statt den Spielerschutz zu stärken und auch eine geordnete Regulierung vorzunehmen, werden wir das Drama, das wir seit Jahren erleben, weiter fortführen. Insofern ist für uns klar, dass wir diesen Torso des Gesetzentwurfs, wie Herr Greilich das gesagt hat, ablehnen. Dem Antrag können wir auch nicht zustimmen, weil dort Positionen enthalten sind, die weder diskutiert sind noch die uns weiter nach vorne bringen. Das Wort hat Herr Minister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Rudolph, Sie haben leider nicht recht. Sie haben davon gesprochen, dass es hier um das Ende eines Dramas ginge. Ich kann Ihnen und muss Ihnen leider sagen, dass zum Ende eines Dramas zum Thema Glücksspielrechte in Deutschland werden wir mit der heutigen Debatte nicht setzen. Wir haben hier einen Akt, den eines der 16 Bundesländer in einem Glücksspielrecht leistet, was weder kohärent noch europarechtskonform noch in irgendeiner Form praktikabel ist. So ist es nicht das Ende eines Dramas, sondern es ist ein Zwischenschritt. Aber eines ist auch klar, Herr Kollege Rudolph, Autoren dieses Dramas sind im Wesentlichen sozialdemokratische Ministerpräsidenten. Das ist mit ein Problem in dieser ganzen Frage. Das will ich zumindest hier noch einmal dargestellt haben. Meine Damen und Herren, ich will ganz vorsichtig sein, dass der Ältestenrat noch etwas sagen muss. Herr Kollege Greilich, ich verstehe Sie nicht. Ich habe zu der Frage der Eleganz dieses Gesetzgebungsverfahrens schon etwas gesagt. Herr Kollege Greilich, was ich nicht verstehe, ist, dass Sie uns hier mit Vorwürfen zum Thema Glücksspielrecht überziehen, wo diejenigen, von denen Sie erwarten, dass Sie mit uns am Ende gemeinsam etwas erreichen wollen, im Grunde genommen unsere Position, die Position dieser Koalition, teilen. Wo ist denn eigentlich Ihre Position? Wo ist denn eigentlich Ihr Vorschlag? Sie sind hingegangen im Ausschuss und haben gesagt, wir stimmen den Anträgen 1 und 2. Da steht irgendetwas von Schleswig-Holstein. Das war ein bisschen oberflächlich daher. Stimmen wir einmal zu. Aber was ist denn mit den Leitlinien? Was ist denn mit den Leitlinien, die wir Ihnen hier vorgelegt haben? Werden Sie? Wird die FDP hier in Hessen, also die FDP in Schleswig-Holstein unterstützt das, was wir hier machen, aber wird die FDP in Hessen genau diese Leitlinien mit unterstützen? Das ist doch die Frage, die sich hier am Ende uns stellt. Sie sind diejenigen, die hier eine Position vermissen lassen. Das ist eigentlich ein größeres Problem, das ich sehe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Vorschläge zu einem kohärenten und europarechtskonformen Glücksspielrecht gemacht. Wir setzen das um, was wir hier bei uns in Hessen umsetzen können. Den Glücksspielstaatsvertrag von 16 Bundesländern können wir hier im Hessischen Landtag leider, sage ich dazu, nicht in unserem Sinne verändern. Vielen Dank. Herr Kollege Greilich, Sie haben das Wort. Herr Minister, wenn Sie es denn unbedingt verlängern wollen, dann kann ich es nicht ändern. Immer wieder auf Dinge reagieren, die kein Mensch gesagt hat, das ignorieren, was gesagt worden ist. Ich habe gesagt, in der Sache sind wir uns weitestgehend einig mit der Koalition als Freie Demokraten. Das haben wir Ihnen schon mehrfach gesagt. Das haben wir in der Öffentlichkeit erklärt. Das bezieht sich genau auf die Leitlinien, die Sie dort formuliert haben. Das Einzige, was wir sagen, ist, es reicht, dass Sie hier ständig irgendwelche Dinge formulieren, aber nichts tun. Was wir machen müssen, ist, dass Sie ein vernünftiges Gesetz vorlegen, dass Sie sich mit Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zusammentun, um eine Regelung zu treffen, die insgesamt tragfähig ist und dafür sorgt, dass wir auf Dauer eine kohärente Lösung bekommen. Sie kommen auf der Grundlage der erarbeiteten Leitlinien, die wir genau von Anfang an unterstützt haben. Also reden Sie nicht immer Dinge, die mit den Realitäten und mit dem, was andere gesagt haben, nichts zu tun haben. Sie haben damit dieses Parlament heute schon mehrfach dazu gebracht, dass es Zeit verloren hat. Jetzt haben Sie es noch einmal geschafft. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Nein, das ist wie in der Schule. Wenn Sie leise sind, hört man mich besser. Wenn ich laut sein soll, dann gebe ich Ihnen die Möglichkeit, noch lauter zu sein. Wenn Sie ruhig sind, dann hören wir uns alle. Einverstanden? Herr Kollege, ich habe Sie gut verstanden, Herr Kollege, ohne Rekrofon. Ich bleibe hier heute Nacht. Ich rufe jetzt die Beschlussempfehlung zum Bericht des Innenausschusses auf. Wer dem Beschlussempfehlung zustimmen kann, bin ich nur das Handzeichen. Wer dem Beschlussempfehlung zustimmen kann? Wer dem Beschlussempfehlung zustimmen kann? Wer ist dagegen? SPD, LINKE und FDP. Stimmenenthaltung entsprechen dann keine mehr. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Nun stimmen wir den Punkt 89 ab, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung grücksspielrechtlicher Vorschriften. Herr Kollege Schaus, zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, ich bitte, die Ziffern 1 und 2 aus dem Antrag und die Ziffern 3 bis 6 getrennt abzustimmen. So, wie es in der Beschlussempfehlung steht, Nr. 1 und 2 des Antrags gemeinsam… Die Beschlussempfehlung hat die ganze Beschlussempfehlung. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Ich wusste jetzt nicht, welche Beschlussempfehlung… Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, ich finde, das gesamte Haus bekommt eine Rüge wegen despektierischem Verhalten. So geht es nicht. So geht es nicht. Wir sind hier im Karnevalsverein. Bei aller Ehre für diesen Klub. Das geht nicht. Ein für allemal. Für die, die nicht nicken und für die, die nicken, gilt das gleichermaßen. Herr Kollege Schaus, Sie haben noch einmal das Wort? Herr Präsident, ich bin davon ausgegangen, dass in der Reihenfolge erst über die dritte Lesung und dann über die Beschlussempfehlung… Ich habe nur Beschlussempfehlung gehört. Ich werde aber nicht eine neue Abstimmung beantragen. Das ist alles okay. Sie können sich gerne weiter freuen. Ist das in Ordnung? Dann stimmen wir jetzt über den Gesetzentwurf. Alles gut. Ja, ja. Dann ist es so. Meine Damen und Herren, bitte. Wer dem jetzt so entsprechend uns vorliegenden Gesetzentwurf inklusive der entsprechenden Änderung zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Gesetzentwurf mit Mehrheit angenommen und wird zum Gesetz erhoben.